Nass ist es, auch von oben. Aber die Euphorie fällt deswegen nicht ins Wasser. Auf rund 30 Freiwillige kann der Verein ProAqua bauen. Das Becken ist fertig, ausgekleidet mit Kunststofffolie. Jetzt noch Pflastern und dann Neueröffnung. Vor 5 Jahren stand das Freibad in Spangenberg vor dem Aus. Denn das Becken gab endgültig den Geist auf. Die Kacheln sind einfach abgefallen. Im Hinterkopf war immer das Bewusstsein, wenn es mal wirklich so ist, dass das Becken den Geist total aufgibt, dann war es das. Das werden wir nie schaffen, dass dieses Becken saniert wird. So vermessen waren wir nicht. Vermessen vielleicht nicht, aber mutig. Mit einer Taskforce haben die Spangenberger angefangen, das Bad zu sanieren, mit so viel Energie, dass auch die Stadt nicht umhin konnte, das Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger schlussendlich zu honorieren, mit einmalig 550.000 Euro. Dafür aber müssen die Bürger im Verein das Freibad betreiben. Was die da geleistet haben, das ist sensationell. Bei Wind und Wetter, bei 30 Grad in der Hitze, bei Regen dort unten gestanden haben, geflastert haben und alles das gemacht haben, damit es jetzt auf den Stand wieder kommt, dass wir es bald hoffentlich wieder nutzen können. Das hofft auch Conny Duwe, denn das Bad ist Teil ihres Lebens. Ich bin hier aufgewachsen im Ort. Ich habe meine Kindheit, meine Jugend hier in dem Schwimmer verbracht und man fühlt sich verbunden. In zwei Wochen soll es fertig sein. Planschende Kinder, lachende Menschen. Spangenberg mit Freibad.